Blau und rot, deine Farbe im KFC. Blau und rot, deine Farbe im KFC. Blau und rot, diese Farbe werden ihm alles untergehen. Schönen guten Tag zusammen. Ich darf Sie und Euch ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel KFC Urdin gegen Karls Lassina begrüßen. Der KFC gewinnt vor 3.331 Zuschauern 2 zu 0. Zu meiner linken Sitzgästetrainer Rico Schmidt, zu meiner rechten Cheftrainer Daniel Steuernagel. Der KFC das erste Wort, bitte sehr. Glückwunsch an meine Kollegen, an meine Kolleginnen in der Zahl für den Sieg, für den verdienten Dreier hier auf der Heimische Palisse. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren vielen Fans im Namen meiner Mannschaft, persönlich, Funktionsteam, Verein, dass so viele hierher gereist sind, über 1000 Fans vom FC Karls Lassina, die uns hier unterstützt haben, von der ersten bis zur letzten Minute. Das wollten wir natürlich mitnehmen, von der Atmosphäre her, das auch ein Stück weit für uns als Spielnutzen, so gefühlten Heimspiel von bei der Kulisse, mit der Manpower. Wir haben es im Großen und Ganzen nicht aufs Feld gebracht. Erste Halbzeit bis zum Tor praktisch ein Neutralisieren. Urdlingen engagiert versucht, Räume zu finden. Wir haben uns das schon recht geschickt gemacht, wie aus unseren Auberungen, nicht zwingend gewesen. Insgesamt steht das für die erste Halbzeit. Das sah hier und dort natürlich auch mal schick aus. Und nochmal ein Ball über zwei Meter, aber das ist nicht das, was du in der Dritten Liga brauchst. Du brauchst Tiefe, du brauchst Abschlüsse, du brauchst in der letzten Konsequenz auch das Durchsetzungsvermögen. Das hat uns in der ersten Halbzeit gefehlt und in dieser Phase, wo beide Mannschaften gesucht haben, den Weg nach vorn, auch Deckungsarbeit geleistet haben, fällt das Tor. Nicht aus einem Stationsspiel, sondern aus einem Wiederumschaltspiel, wo wir einfach, und das sind, habe ich zur Halbzeit gesagt, Verfall in alte Zeiten. Das ist einfach zu billig, wie wir das 1 zu 0 bekommen. Und das ist dann so ein roter Faden gewesen in der ersten Halbzeit, wo ich auch so dieses Wehren nicht gesehen habe. Das ist zu jugendlich gewesen gegen eine robuste Männermannschaft. Da waren wir Begleiter in vielen Situationen, Zuschauer in vielen Situationen. Und deswegen stand es dann unter dem Strich auch verdient 1 zu 0 zur Halbzeit. Angesprochen, ein paar Dinge umgestellt, dass wir mehr über die Flanke, über den Flügel kommen. Die Dynamik von Obermeier nutzen, auch die Robustheit von Doncroft. Also nicht mehr unbedingt durch Zentrum, sondern mehr über den Flügel, über den Tor, über den Bittroft zu kommen. Das ist über den Haufen geworfen worden, durch das 2 zu 0 Standardtor. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt an ganz klaren Chancen Oerdingen davor noch hatte. Aber ein Standardtor öffnet immer viele Wege und am Ende auch für einen Sieg. Und damit war gefühlt erstmal die Dinge zurechtgelegt für Oerdingen. Oerdingen hat dann nur noch das Nötigste getan. Wenn wir was Positives mitnehmen jetzt aus dem Spiel, ist das zumindest dann nochmal die Mannschaft, meine Mannschaft versucht hat, ein Tor zu erzielen, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber eben nicht so zwingend. Und die letzte Überzeugung und die letzte Konsequenz hat uns gefehlt, um Oerdingen auch in der Erfahrung, in der Kette in Bedrängnis zu bringen und einen Königshofer zu verwenden. Unter dem Strich steht ganz klar, verdienter Sieg für Oerdingen und für uns mitnehmen, Männerfußball zu spielen. Danke. Vielen Dank, Herr Schmidt. Dann jetzt zum Trainer der robusten Männermannschaft, Daniel Witte. Ja, wir können, glaube ich, heute mit dem Spiel sehr zufrieden sein. Wir haben wieder zu Null gespielt. Wir haben, ein Kollege hat sich schön analysiert. Wir haben, glaube ich, gerade in unserem letzten Drittel, haben wir wirklich sehr, sehr gut verteidigt, sehr gut gestanden. Ja, der Gegner hat zwar auch viel den Ball zirkulieren lassen, aber haben da auch den Raum mit vielen Spielern überladen. Aber das konnten das halt dann nicht zu Ende führen. Und wir haben einfach in den entscheidenden Situationen Franky Javina zweimal sich super durchgesetzt. Einmal nimmt er den Ball von außen, mit seiner Power geht er nach innen. Und dann hat es mich natürlich sehr gefreut, dass der Tom, der unheimlich viel arbeitet, immer sich in Dienst der Mannschaft stellt, hat dann den Ball aus der Drehung reingeschossen. So wurde das einzeln erzielt. Beim 2-0 war es dann so, dass der Franky da auch super durchbricht, wird gefoult und Standard. Und dann natürlich eine Riesenqualität durch den Roberto Rodriguez. Ja, und der Jan, da steht er wie ein Funkturm in der Luft und drückt das Ding rein. Und Standards gehören auch zum Fußball dazu. Dann haben wir 2-0 geführt. Ja, und dann haben wir wieder sehr, sehr gut verteidigt, haben dem Gegner eigentlich wenig Möglichkeiten gegeben. Und haben dann zum Schluss leider verpasst, durch ein Partypflücke, der wirklich zwei sehr, sehr gute Möglichkeiten hat. Und dann vielleicht noch das 3-0 draufzulegen. Mehr vielleicht auch das Gut und zu viel gewesen. Weil ich glaube, dass Jena sich heute nicht so präsentiert hat wie ein Schlusslicht. Sondern die haben wirklich auch guten Fußball gespielt. Und deswegen können wir auch zufrieden sein, dass wir das Ding hier heute gezogen haben. Und jetzt unseren Weg da weitergehen können. Danke. Danke, Daniel. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? John Zäcker, Kicker? Herr Steuernagel, können Sie schon was zu Hacking und Herrn Dorda sagen? Die ja beide, glaube ich, verletzungsbedingt vom Feld wussten. Ja, wenn es natürlich was Schlechtes gibt zu dem Spiel, dann sind natürlich diese Verletzungen... Ich glaube, beim Christian Dorda ist es nicht ganz so schlimm, dass nur die Muskulatur so ein bisschen zugegangen. Und beim Hacking, ja, der muss jetzt ins Krankenhaus, also da brauchen wir jetzt auch nicht spekulieren. Aber ich befürchte, dass es was Schlimmeres ist. Und dass er hoffentlich dann doch nur eine begrenzte Zeit ausfallen wird. Aber das könnte sein, dass es ja eine längere Zeit werden könnte. Gibt es noch weitere Fragen? Noch mal, Tim Decker? Dann noch eine andere Personalfrage. Kevin Großkreutz ist jetzt hier nach dem Spiel vorbeigerut. Wie geht es Ihnen und wann rechnen Sie wieder mit Ihnen? Ja, der Reiser hat es ja schon am Donnerstag in der PK auch gesagt. Er hat jetzt individuell trainiert und jetzt denke ich mal, dass er nächste Woche dann ins Mannschaftspielning wieder einsteigt. Und ja, dann ist es auch cool, wie wir es dann am Montag in Duisburg machen. Ich sehe keine weiteren Handzeichen mehr. Dann bedanke ich mich für heute. Ich wünsche den Gästen eine gute Heimreise. Und wir sehen uns nächste Woche im Montag wieder zum Derby in Duisburg. Vielen Dank. Vielen Dank.